Hybride Präsenzlehre. Ich möchte heute Ihnen ein paar Gedanken mitgeben über die Gestaltung von Seminaren mit Zoom, bei denen Lernende zu Hause und Lernende Studierende vor Ort in einem System zusammengestaltet sind. Wir sprechen von hybrider Präsenzlehre als eine Möglichkeit, ein solches Szenario zu realisieren. Es geht um die gleichzeitige Präsenz von Lehrenden und Studierenden an einem physischen und virtuellen Ort. Ich werde nicht sprechen über die Vorlesung. Die Vorlesung ist eine spezielle Situation. Da geht es vor allen Dingen um die Aufzeichnung von Vortragenden und eben später die Bereitstellung dieser Aufzeichnung im Internet. Für gerade auch bildungswissenschaftliche Szenarien, sozialwissenschaftliche Szenarien, ist ja das Seminar eine besonders interessante Unterrichtsform. Hier geht es ja neben Präsentationen auch um Gruppendiskussionen mit beispielsweise zehn Teilnehmenden vor Ort und zehn Teilnehmenden in einem virtuellen Szenario zu Hause. Da geht es nicht um die Nachbereitung und die Bereitstellung, sondern es geht eben primär um die Gestaltung einer solchen Kommunikationssituation über die verschiedenen Orte hinweg. Hier werde ich mich im Folgenden konzentrieren auf ein Setting und auf ein Setup mit einem Windows-PC und Zoom. Das sieht mit MacBook und anderen Kommunikationstools etwas anders aus, aber im Prinzip sind immer die gleichen eigentlich auch Herausforderungen zu bewältigen. Im Prinzip könnten wir sagen, in unseren Seminarräumen möchten wir eine solche Festinstallation haben, in denen wir einfach mit unserem Laptop reinkommen, auf Knopfdruck, alles wunderbar passiert. Ja, es gibt einige Hochschulen, die solche Festinstallationen auch vorhalten. Dabei spielt eigentlich gar nicht so sehr die Kosten für die Beschaffung der Hardware die entscheidende Rolle, sondern es kommen hinzu Kosten für Installationen, auch die Kosten für Diebstahlsicherung und Vandalismus, die oftmals beträchtlich sind und sogar den Preis für die Hardware übersteigen können und schließlich auch die Betreuung von solchen Räumen ist aufwendig. Deswegen ist eben die Alternative ein mobiles Setup, wo die Lehrkräfte sozusagen selbst ihre Technik einbringen und entsprechend dann eben aufbauen und nutzen. Ich habe hier ein solches Setting einmal beschrieben. Das besteht eben im Kern aus einem Laptop und Beamer. Es besteht aus einer externen Kamera, die zusätzlich angeschlossen wird, mit einem Verlängerungskabel auf einem Stativ untergebracht wird und schließlich eine Freisprecheinrichtung, mit der dann auch der Sound im Seminarraum aufgezeichnet wird. Das ist im Grunde genommen ein sehr elementares Setup, was vielleicht 250 Euro kosten kann. Und ja, wir haben dieses Setup auch ausprobiert in Seminaren, in hybriden Seminaren. Es funktioniert, es hat gewisse Limitationen, über die müssen wir uns einfach im Klaren sein. Aber im Grunde genommen ist das sozusagen so ein Basislevel, darüber besser geht es immer. Aber das ist so ein Basislevel, was durchaus auch ein machbares Szenario darstellt für ein Szenario, wenn wir vor Ort beispielsweise zehn Personen haben. Es können natürlich auch zwölf oder vierzehn sein, aber sozusagen es ist eine überschaubare Größenordnung von Studierenden vor Ort. Wie viele dann virtuell teilnehmen, spielt natürlich nicht mehr die Rolle. Nochmal hier zur Visualisierung. Der Laptop ist im WLAN. Sie sehen hier schon einen Punkt, der für mich praktisch sehr wichtig ist. Es ist klug, eine Art Podest zu haben, einen Aufsatz aufzuhaben, um ein Pult, damit der Laptop nicht auf dem Tisch steht, damit ich so nach unten schaue in die Kamera, sondern dass eben halt, wenn ich das Laptop aufklappe, dass dann eben halt die Kamera eben auf ungefähr Augenhöhe wäre. Der nächste Punkt ist dann die Freisprecheinrichtung, die in diesem Fall hier über Bluetooth, also kabellos angeschlossen wird an den Laptop und dadurch eben auch im Raum beliebig aufgestellt werden kann. Und schließlich die Kamera auf einem Stativ mit Blick zum Publikum, hier mit einem Verlängerungskabel aber maximal fünf Meter entfernt. Hier einmal eine Aufnahme von einem Seminarraum an der Uni Duisburg-Essen. Sie sehen hier, mein Laptop steht eben auf so einem ganz einfachen Podest, was ich auch zusammenklappen kann. Sie sehen auch die Kamera auf dem Stativ direkt neben dem Beamer projizierten Bild. Ansonsten sieht man nicht furchtbar viel, aber eben halt, Sie sehen auch, das Setup ist eben halt auch nicht so komplex. Ach ja, da steht auch noch die Freisprecheinrichtung, in dem Fall angeschlossen an den Strom, aber ich kann es eben halt auch mitnehmen, weil es einen Akku hat. Schauen wir uns also jetzt im Einzelnen an, wie wir vorgehen, um dieses Setup zu implementieren. Ich schließe den Laptop an, den Beamer an und wichtig ist, dass wir jetzt den Beamer als zweiten Bildschirm konfigurieren. Ich muss dazu einmal kontrollieren, in Windows in den Einstellungen, ich drücke Windows P, ob ich hier den externen Bildschirm sozusagen erweitere, dass der Beamer sozusagen ein zweiter Bildschirm ist. Das ist ganz essentiell für dieses Setup, was wir hier durchführen. Ich muss sozusagen hier auf meinem Laptop ein anderes Bild konfigurieren können, als auf dem Beamer. Ich kann mit der Maus nach rechts fahren, in der Regel nach rechts und dort dann sozusagen steht, dann kann ich eben halt das Bild des Beamers auch mit der Maus anfangen. Erster Schritt. Danach geht es um die Frage, das Audio zu verbinden. In den Räumen des Gebäudes an unserer Universität ist es so, dass mit dem Beamer gute Boxen verbunden sind, sodass es wichtig ist, nun diese Boxen auch anzusprechen. Das heißt also im Default, sie werden die Lautsprecherboxen des Laptops genutzt. Das ist natürlich nicht optimal. Wichtig ist, dass wir auf die Lautsprecherboxen des Raumes umschalten können. Bei uns heißen die beispielsweise dann Crestron, weil es die Steueranlage so heißt. Das ist unterschiedlich und nicht immer unmittelbar erkennbar, dass es die Boxen sind, die am Beamer angeschlossen sind. Der nächste Punkt wäre, dass wir die Freisprecheinrichtung über Bluetooth koppeln. Ja, das ist vielleicht ein bisschen tricky. Das finden wir über die Taskleiste, dass wir hier die Freisprecheinrichtung eben über Bluetooth verbinden. Im Notfall auch mit externen Boxen oder Mikrofonen arbeiten. Aber das ist dann mit Kabeln und Strom und so weiter nicht immer unbedingt so einfach und ideal, wenn wir eine Gruppe abnehmen wollen. Jetzt geht es an Zoom. Wir starten Zoom und wir müssen nun die Audio- und Videoeinstellungen kontrollieren und eben auch richtig konfigurieren. Wenn wir bei dem Mikro da links auf den Haken klicken, dann können wir einstellen, welches Mikrofon und welchen Lautsprecher wir dann bei Zoom nutzen wollen. Die Lautsprecher und Mikros bei Zoom werden getrennt eingestellt vom System. Also sprich, ich kann in Zoom eben hier nochmal speziell das einstellen. Und dummerweise merkt sich Zoom das auch nicht unbedingt. Wenn ich also die Geräte wieder abnehme, wird es hier nicht gespeichert. Das heißt also, ich muss mir überlegen, habe ich den richtigen Lautsprecher hier gewählt und welches Mikrofon habe ich gewählt? In der Regel ist es das Mikrofon am Laptop. Ich kann eben auch umschalten an das Mikrofon. Hier bei mir heißt es Kopfhörer. Es ist aber eben die Freisprecheinrichtung. Und in gleicher Weise auch bei der Kamera. Jetzt werde ich noch zunächst die Kamera des Laptops auswählen. Aber später kann ich dann eben halt auch auf die andere umschalten. Ja, und genau dieses Umschalten der Kameras ist in Zoom mit einer spezifischen Funktion ganz gut und clever möglich. Dazu muss ich aber auf Video- oder Audio-Einstellungen klicken. Es öffnet sich dieses Fenster und unter Tastaturkürzel muss ich suchen, bis ich das Feld Kamera umschalten finde. Und dann wähle ich eben halt dieses Kamera umschalten aus, damit ich dann auch in PowerPoint zwischen den Kameras umschalten kann. Alt N heißt die Tastenkombination, mit der ich dann in allen anderen Anwendungen, die ich aufgerufen habe, also etwa PowerPoint, dann praktisch zwischen den Kameras hin und her schalten kann. Eigentlich eine praktische Funktion. Ich muss sie aber eben halt in Zoom speziell einstellen. Ja, jetzt starten wir die Präsentation. Und zwar so, dass sie auf dem Beamer startet. Das ist in der Standardeinstellung wahrscheinlich der Fall. Wir minimieren das PowerPoint-Programm, sodass wir dann auch die Referentenansicht vorne sehen und auch verkleinern können, weil wir nämlich dahinter dann das Zoom-Fenster auch mit einem Chat-Fenster am besten auch noch sehen können, wenn es da Meldungen gibt, beispielsweise. Ja, also das sehe ich jetzt mein Bild, was ich auch im Laptop habe. Die PowerPoint-Präsentation läuft aber eben halt auf dem Beamer bzw. dem Bildschirm der Teilnehmenden, der entfernten. Jetzt aber erst starte ich die Präsentation und auch hier aufpassen, welches Fenster ich öffne. Also am besten Bildschirm 2, nämlich das ist der, den die Studierenden vor Ort hier ja auch sehen. Wenn ich dann in der Präsentation bin, kann ich auch mit Alt-N zwischen den Kameras wechseln. Und jetzt hier ein kleiner didaktischer Hinweis. Wir müssen uns klar machen, dass wir im Grunde genommen mental näher dran sind an den Studierenden vor Ort. Wir neigen dazu, die Studierenden vor Ort eher anzusprechen, sie eher im Blick zu haben. Und auch die Studierenden, eben die Remote-Students, fühlen sich weniger eingebunden, weniger leicht ansprechbar. Deswegen ist es klug, ganz gezielt die Studierenden an den Bildschirmen anzusprechen, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen wollen. Empirische Untersuchungen sind da recht eindeutig. Die Beteiligung der Remote-Students in einer solchen hybriden Session ist deutlich niedriger, wenn nicht gezielt wir sie einbinden. Jetzt kommen wir aber zum nächsten. Wir haben ja die Präsentation durchgeführt. Wir möchten aber jetzt umschalten, auch nach der Präsentation, zu einer Diskussion, zu dem Gespräch im Seminar. Also wir stoppen die Freigabe der PowerPoint und können nun eine andere Freigabe starten, nämlich den Inhalt der zweiten Kamera. Dazu gehen wir bei der Freigabe in Zoom diesmal auf Erweitert. Sie sehen oben nicht Basis, sondern Erweitert und können dann auswählen, Inhalt der zweiten Kamera. Dann wird nun eben halt standardmäßig das Bild der Kamera übertragen und auch mein Bild, also das Bild der Distanzierenden. Ich kann schließlich dann auch das Galerie, die Zoom-Galerie nach rechts auf den Beamer schieben, damit die Studierenden vor Ort wiederum auch dann die Teilnehmenden von diesem, in der Galerie eben die Entfernteilnehmer auch sehen können. Und dann, wichtiger Punkt, prüfen, ob das externe Mikrofon ausgewählt ist. Sie erinnern sich an die Einstellung unten und dann auch zu überlegen, wie kann ich die Position im Raum optimieren. Wir haben das ausprobiert. Es ist schon ein kritischer Faktor. Die Entfernung zu dieser Freisprecheinrichtung, die darf einfach nicht zu weit sein. Es ist dann schon klug zu überlegen, wo stelle ich das Mikrofon jetzt hin. Wir wollen es aus Hygienegründen vielleicht nicht den Studierenden in die Hand geben, aber ich kann es eben halt an eine bestimmte Stelle auch legen. Also das ist ein limitierender Faktor, dass wir eben halt hier die Position des Mikros im Raum überlegen müssen in der Gruppendiskussion. Ja, aber ansonsten ist das eigentlich ein ganz gutes Setting. Die Studierenden vor Ort sehen die entfernten Studierenden am Bildschirm. Die entfernten Studierenden sehen mich als Dozierenden von der einen Kamera. Mit der anderen Kamera sehen wir die Seminargruppe. Also eigentlich ist dies vom Prinzip her ein ganz gut funktionierendes Settings. Aber wie gesagt, wir müssen also gerade auch mit der Audioqualität im Seminarraum ein bisschen überlegen, wie es geht. Vielleicht müssen wir auch mal eine Frage wiederholen, wenn sie nicht gut rüberkommt. Also hier muss man immer auch prüfen, haben sie es verstanden, ist es richtig angekommen, soll ich es nochmal wiederholen. Müssen wir beim Audio ganz speziell eben auch darauf achten. Kleiner Tipp noch, wenn Sie diese Logitech Kamera nutzen, können Sie mit diesem kleinen Tool auch dann auch den Zoom noch einstellen, damit Sie sozusagen den richtigen Winkel im Seminarraum haben, damit es nicht zu nah auf wenigen ist, aber auch nicht zu weit, dass eben halt die Einzelnen gar nicht mehr sichtbar sind. Das können wir damit einstellen. Und dann gibt es natürlich auch nach oben hin viele aufwendigere, teurere Systeme. Hier beispielsweise eben von Logitech ein System, was Kamera, Mikrofon, Lautsprecher, Akku und Bluetooth kombiniert. Es liefert am Ende kein besseres Bild und keinen besseren Ton als das Setup, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Aber es ist immerhin sozusagen nur ein Gerät, was Sie mitbringen müssen in den Raum. Und ein schon anspruchsvolleres Gerät mit mehreren Mikros, mehreren Lautsprechern, steuerbarer Kamera ist hier dann die Logitech Meetup, die also durchaus auch da nochmal einen Schritt weiter geht mit einem USB 3.0 Anschluss einfach und Strom anschließen, kann dann auch schon einen etwas größeren Raum bedienen. Ich finde es immer schwierig, Personenzahlen zu nennen, weil das sehr davon abhängt, wie die räumlichen Situationen sich im Einzelnen darstellt. Aber nach oben gibt es auch beliebig teurere und aufwendigere Lösungen. Mein Ziel heute war ja auch deutlich zu machen, wie mit einem kleineren Setup eigentlich ein solches hybrides Seminar auch funktionieren kann. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise. Erstens, wir müssen aufpassen, eben aufgrund von Brandschutzvorschriften, etwa ist es an meiner Universität nicht möglich, Räume, Tische, Mobiliar zu verschieben, um etwa die Kamera zu positionieren oder ähnliches. Es ist absolut notwendig, dass sozusagen die Möblierung, jeder Tisch, jeder Stuhl exakt an der Stelle stehen bleibt, damit das Gebäude nicht seine Zulassung verliert. Der zweite Hinweis ist, ja, wir sind es vielleicht gewohnt, dass Studierende mit ihrem Laptop nach vorne kommen und eben dann auf ihrem Laptop ihre Präsentation machen in einem Seminar. Sie ahnen, das ist bei diesem Setup natürlich jetzt nicht so der kluge Weg. Aber die Alternative ist auch nicht so ideal, wenn die Studierenden mit einem USB-Stick dann kommen und ihn reinstecken wollen in den Laptop der Dozierenden. Das ist ein gewisses Sicherheitsrisiko. Hier empfiehlt es sich einfach, die PowerPoint-Präsentation sich per E-Mail zuschicken zu lassen, auch noch im Seminar. Das geht ja schnell, weil der Mail-Server im Grunde genommen die Sicherheit dann prüft und man es dann aus dem Mail-Postfach am besten starten kann. Wichtig auch, vorab informieren, dass es sich um ein solches hybrides Seminar handelt, dass eben hier die Aufzeichnung stattfindet und eben etwa mit einem solchen Passus und dann vielleicht auch mit einem solchen Aushang vor der Tür, dass also vor dem Betreten des Raumes sichergestellt ist, dass die Studierenden, die Teilnehmenden auch Bescheid wissen, dass es sich jetzt hier um eine solche Veranstaltung handelt. Also ich glaube, da müssen wir einfach ein Problembewusstsein auch haben. Wir können nicht einfach in einen Raum einfach so eine Kamera starten und ins Internet streamen. Das geht nicht, aber wir müssen eben halt da einen Weg finden und der ist vielleicht auch an jeder Hochschule etwas anders, aber wir müssen einen Weg finden, eben halt um mit diesem Thema umzugehen. Vorab ankündigen, damit die Studierenden sich entscheiden können, will ich remote teilnehmen oder on campus und Informationen dann auch vor dem Betreten des Raumes hier bekannt machen. Ich glaube, das wäre also ein ganz guter Modus, aber der kann wie gesagt vor Ort auch anders geregelt sein. Ja, mein Ziel war es, Ihnen ein machbares Setup mit einer Basisausstattung zu zeigen, zu zeigen, welche Elemente bei einem solchen hybriden Seminar erforderlich sind, möglich sind, um auch abzuschätzen, was ist machbar oder was ist möglicherweise eben damit auch nicht machbar. Ich denke, man muss es auch vorher einfach mal einmal ausprobieren, mit ein paar Leuten das durchspielen, damit man sich auch ein bisschen sicher fühlt. Sie merken, es ist so ein bisschen immer trickreich, ja, was gebe ich jetzt auf welchem Bildschirm, was erscheint jetzt wo, bei wem. Das ist sozusagen die Herausforderung, mit der man als Dozent auch ein bisschen mental gefordert ist. Aber ich denke, auch hier wird es uns in diesem hybriden Seminaren einfach auch durch die Übung einfacher fallen, damit umzugehen. Und wenn Sie mehr darüber lesen wollen, empfehle ich Ihnen das neue Lehrbuch Didaktik, wo es auch in einem Kapitel über solche hybriden Szenarien des Lehrens und Lernens geht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.